Moin, liebe Wölfe, zur neuen Weekly Wolfs. Sieben Punkte aus den letzten vier Spielen, das ist die Bilanz unserer Wölfe und zuletzt gab es ein kampfbetontes 1 zu 1 beim FC Augsburg. Das goldene Tor des Tages, das schoss Yannick Gerhardt, der schon zum zweiten Mal in Folge traf und auf dieses Tor schauen wir jetzt noch einmal zurück. Das ist Baku, gut Ball, gut Goal, Kobach war Routen, aber nicht so, Yannick Gerhardt, der Mann, der die Wölfe der Wölfe der Woche gegen Stuttgart für Wolfsburg, Yannick Gerhardt, der 2-2 der Kampagne hat. Ich musste den Ball aber eigentlich erneut wieder nur den Fuß hinhalten, klar ist gut, dass ich die Wege mache, Riedler hat mich sehr gut eingesetzt, aber ich hatte noch einige Chancen dieses Spiel und deswegen überwiegt heute ein bisschen die Enttäuschung. Wenn es einer weiß, wie es geht gegen Gladbach, ist es unser Chefcoach Niko Kovac. Als Bundesliga-Profi hat unser Trainer gegen keinen anderen Klub mehr Tore erzielt als gegen die Elf vom Niederrhein. Zwischen 1996 und 2006 traf er bei insgesamt elf Pflichtspielen gegen die Fohlen für Leverkusen, Bayern und Hertha fünfmal ins Netz. Im Übrigen hat unser Chefcoach auch am Samstag Geburtstag, er wird 51 Jahre alt, also Jungs, beschenkt ihn mit drei Punkten. Sechs der 16 Gladbacher Saisontore haben Abwehrspiele erzielt, damit verfügt der Gegner der Wölfe über das Torgefährliste Defensivpersonal der Liga. In 197 Bundesligaspielen hat Yannick Gerhardt bislang 13 Treffer erzielt, zwei davon in den letzten beiden Partien. Mehr als diese zwei gelangen ihm in einer Saison noch nie. Ich bin ja kein Haarland oder so, ich treffe nicht jede Woche, deswegen ist das was Besonderes. Am Samstag um 15.30 Uhr geht es also in der Volkswagen Arena gegen Borussia Mönchengladbach. Wir hatten unter der Woche Josip Brekalo zu Gast bei uns im Studio und der weiß, wie man die Gladbacher knacken kann. Wir haben jetzt eine super Chance zu Hause gegen eine starke Mannschaft jetzt Punkte zu holen, weil wir sind gut drauf jetzt im Moment. Die Gladbacher haben gezeigt, dass die natürlich gegen jeden gewinnen können, aber auch in eine andere Richtung geht. Also wir können das auf jeden Fall nutzen, glaube ich. Wir sind nicht so stabil sozusagen und ich glaube, wenn wir so richtig zusammen machen, dass wir unsere Chance bekommen. Unsere Wölfinnen sind zurück aus der Länderspielpause, aber leider konnten heute nicht alle Wölfinnen mittrainieren. Die Länderspielerin Feli Rauch fällt aufgrund eines positiven Corona-Tests vorerst aus und somit kann sie auch am kommenden Samstag bei ihren alten Teamkolleginnen von Turbine Potsdam nicht mitwirken. Potsdam, das ist aber auf jeden Fall eine anspruchsvolle Aufgabe. Ja, ich denke, Potsdam ist ein sehr schwieriger Gegner, die wir knacken müssen mit einem guten Matchplan. Ich persönlich habe noch nie im Potsdamer Stadion gewonnen, deswegen wird es mal Zeit. Tolle Neuigkeiten gab es in Bezug auf die Vergabe der TV-Rechte für die kommende Spielzeit. Alle Spiele der Flyer Alarm Bundesliga werden bei Magenta Sport und The Zone übertragen. Es wird ein Montagsspiel geben bei Sport 1 und insgesamt zehn Partien bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ein riesiger Schritt auf jeden Fall in die richtige Richtung. Leute, haltet euch fest, wir haben heute direkt zwei sehr, sehr geile Produkte für euch im Angebot. Zum einen natürlich für eure Sammlung zu Hause die Spieltagstasse, natürlich auch gegen Borussia Mönchengladbach. Den Preis kennt ihr. 64,95 Euro bei uns im Shop ab sofort erhältlich. Und wenn ihr euch gefragt habt, was hat der Typ eigentlich die ganze Zeit schon an, das ist die neue Step-Fleece-Jacke. 64,95 Euro bei uns online erhältlich und natürlich auch im Shop greift ordentlich zu, denn das ist genau das richtige Ding für diese Jahreszeit. So Leute, das war's schon wieder mit der Weekly Wolves für diese Woche. Merkt euch vor, die Doppelschelle am Samstag. 13.01 Uhr Turbine Potsdam gegen den VfL Wolfsburg und dann um 15.30 Uhr der VfL Wolfsburg in der Volkswagen Arena gegen Borussia Mönchengladbach. Auf das der Samstag uns sechs Punkte bringt. Ich sage an dieser Stelle Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund und munter. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, euer Felix.